Wenn ich an diesem grauen Novembermorgen hier aus dem Fenster meines Büros schaue, da fällt es einem in der Tat schwer, Sie mit einem Carpe Diem oder Ähnlichem zu begrüßen. Aber gerade im November ist es wichtig, dass man sich selbst bei Laune hält und den Tag genießt. Und ich will Sie heute insbesondere auf einen Tag hinweisen, der im November für die Universität Trier ein ganz besonderer Tag ist, der Dies Academicus. Insbesondere möchte ich alle an unserer Universität begrüßen, die in diesem Wintersemester das erste Mal hier sind, also alle Erstsemester, aber auch alle internationalen Studierenden, die sich hier aufhalten, alle neuen Kolleginnen und Kollegen oder auch Studierende, die von anderen Universitäten im Zuge ihres Masterstudiengangs hier an unsere Universität gewechselt sind. Herzlich willkommen! Übrigens hat unser Studierendenwerk in diesem Wintersemester eine sehr gute Idee, nämlich diesen Becher hier, den ich in Händen halte, Gaudias, freudig. Und von da eine Brücke zu unserem Dies Academicus zu schlagen, das ist eigentlich ganz einfach, denn der Dies Academicus ist ein akademischer Feiertag. Nicht, dass man schon morgens um 8 Uhr anfängt, aber das Programm des Diesjährigen, die jetzt beginnt, wie immer, und insofern ist es etwas Traditionelles, mit einem ökumenischen Gottesdienst, der in diesem Jahr wiederum unter einem bestimmten Motto steht. Das können Sie auch dem Programmheft, das in diesen Tagen verschickt worden ist, entnehmen. Und dem Programmheft können Sie natürlich auch entnehmen, wer in diesem Jahr den Festvortrag halten wird. Es ist ein Psychologe aus Konstanz, der sich mit einem Thema beschäftigen wird, das uns alle betrifft. Wenn Gegenwart zur Illusion wird, lassen Sie sich überraschen, was hinter diesem sicherlich eher ernsten Thema zu erwarten ist. Darüber hinaus werden wir an diesem Dies mit einigen anderen Überraschungen aufwarten können. Dazu gehört ein Film über die Universität. Zum anderen aber auch der, wenn Sie so wollen, zweite öffentliche Auftritt einer sich in Wiedergründung befindenden Universitäts-Bigband, die natürlich nicht als Bigband auftreten wird, sondern eher als Kombo an diesem Nachmittag. Aber auch das dürfte interessant werden. Und zum Dies gehört traditionell auch, dass wir die Förderpreise für den wissenschaftlichen Nachwuchs vergeben und uns anschließend bei einem guten Glas Wein, und dieser Wein kommt natürlich aus dem Universitätsweinberg, zusammenfinden und uns austauschen. Am Abend, wie immer, das Konzert des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier. In diesem Jahr wird es Felix Mendelssohn Bartoldi sein. Und auch zu diesem Konzert möchte ich Sie herzlich einladen. Also nehmen Sie sich diese Zeit am 27. November nachmittags ab 15 Uhr, zunächst in St. Augustinus, dann ab 16 Uhr ST, also ohne zeitlichen Aufschlag, im Audimax der Universität Trier. Ich freue mich über jeden, den ich an diesem Nachmittag im Audimax und im Foyer des Audimax begrüßen darf. Nicht nur, wenn man neu an einer Universität ist, aber insbesondere dann, wenn man neu an einer Universität ist, sucht man natürlich auch nach geeigneten Informationen. Was passiert an dieser Universität? Wie kann ich mich über aktuelle Entwicklungen informieren? Und ich will Ihnen heute auch noch ein paar Hinweise geben, wie Sie das tun können, welche Kanäle wir dafür einsetzen. Das sind natürlich klassische Kanäle, wie zum Beispiel unser Unijournal, das ich hier in Händen halte. Es ist nicht die aktuelle Ausgabe, aber die Ausgabe, die im Sommer erschienen ist. Und das Bild passt eigentlich ganz gut zu dem, was ich Ihnen heute sagen möchte. Dieses Unijournal entwickelt sich allmählich zu einem Forschungsmagazin, in dem Sie Informationen über Tagungen, Forschungsprojekte, Kongresse und so weiter, die an unserer Universität, auch internationale Kooperationen stattfinden, nachlesen können. Es erscheint viermal im Jahr, also pro Quartal, ein Unijournalheft. Und dieses Heft legt natürlich nicht so sehr den Fokus auf Aktualität. Das kann es aufgrund des Erscheinungsrhythmus ja auch gar nicht haben. Daneben gibt es deshalb seit einiger Zeit unsere Campus News, die Sie insbesondere über die Homepage der Universität auch abrufen können. Diese erscheinen regelmäßiger, etwa einmal pro Monat und informieren Sie über eher aktuelle Entwicklungen, die sich auf unserem Campus ereignen oder vor kurzem ereignet haben. Daneben setzen wir natürlich verstärkt auch auf neue Medien, auf das, was man heute Social Media nennt. Wir nutzen Facebook, wir nutzen Google+, wir nutzen gelegentlich auch Twitter, um sie in geeigneter Form und auch schnell erreichen zu können. Natürlich setzen wir auch auf das klassische Plakat und auf etwas, das vielleicht dem einen oder anderen noch nicht so als Informationsquelle aufgefallen ist, nämlich neben der Homepage natürlich auch die Monitore, die wir mittlerweile in fast allen Gebäuden der Universität installiert haben. Und wenn Sie da mal genauer drauf schauen, finden Sie dort gelegentlich auch Informationen, zum Beispiel auf die Hinweise auf die Auslastung unserer PC-Pools, die es an dieser Universität gibt. Aber daneben auch eine Newsleiste, die Sie nicht nur über lokale, sondern auch über nationale und internationale Ereignisse informiert, die insbesondere im Zusammenhang mit dem Hochschulwesen im Allgemeinen von Bedeutung sein können. Also nutzen Sie diese Informationen. Ich habe jetzt nur auszugsweise einige genannt. Und natürlich gehört zu den wichtigen Informationsquellen immer auch das persönliche Gespräch. Deshalb am Abschluss noch einmal mein Appell an Sie alle, meine Einladung, den Dies Academicus in diesem Jahr als einen akademischen Feiertag wahrzunehmen. Und noch einmal bis zum 27.11. Und noch einmal bis zum 28.11.